Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist eine große Herausforderung. Ich habe jetzt alle hier gefallert. Ich habe jetzt alle gefallert. Ich stecke dann jetzt hier. Das ist nur Plastik, ne? Ich höre ich. Wehe doch jetzt den Eizempfinden. Das bleibt hier Wasser. Hup, das macht doch weg wieder aus. Das ist ein bisschen mehr. Ich habe jetzt noch eine Lösung. Wie hast du ja das? Das ist ja der Flotterbeutage. Ja, ich mache das. Ich mache das hier. Ich habe jetzt noch eine Lösung. Ich habe jetzt noch eine Lösung. Das ist ja der Flotterbeutage. Das ist ja der Flotterbeutage. Das ist ja der Flotterbeutage war. Ja und worden allgemein experienceelt. Das macht zum Heute bin ich mir ehrgegangen, ob man auf dem Wasserschleifer auskommt. Ich bin mir ehrgegangen, ob man auf dem Wasserschleifer auskommt. Ich bin mir ehrgegangen, ob man auf dem Wasserschleifer auskommt. Ich bin mir ehrgegangen, ob man auf dem Wasserschleifer auskommt. Ich bin mir ehrgegangen, ob man auf dem Wasserschleifer auskommt. Ich bin mir ehrgegangen, ob man auf dem Wasserschleifer auskommt. Ich bin mir ehrgegangen, ob man auf dem Wasserschleifer auskommt. Vielen Dank für's Zuschauen.